Liebe Bienenfreunde, dieses Viechelchen hat uns in 2020 Schwierigkeiten gemacht. So mussten auch viele Imkerkurse ausfallen. Dieses Jahr 2021 haben wir einiges für euch vorbereitet. Wir möchten euch einfach mitnehmen an meinen Bienenstand und ihr könnt dort verfolgen, was ein Imker mit vielen Bienenvölkern über das ganze Jahr so mit seinen Bienen macht. Dabei seht ihr, was man tut und was man vielleicht lässt und seht, wie man relativ einfach mit seinen Bienenvölkern umgeht, sodass die immer friedlich sind und auch gesund bleiben. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr erfahren möchtet, wie es weitergeht und euch ersparen möchtet, diese ganze Imkerliteratur selber zu lesen. Das habe ich für euch gemacht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mit uns an den Bienenstand kommt.